Sind Lithium-Batterien wirklich so viel besser und was sind ihre Vorteile? Nutzbare Energie über die Lebensdauer bei Lithium-Akkus im Schnitt 10-fach höher ist als bei Blei-Akkus. Ja und warum haben wir uns jetzt ganz konkret für Leontron entschieden? Als wir angefangen haben, uns über Lithium-Batterien zu informieren, haben wir immer wieder den Mythos gelesen, dass man auch seine komplette Ladetechnik anpassen muss. Moin und hallo, ich bin Dirk von Let's Get Otter hier und heute geht es um dieses Teil hier, eine 200 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie von Leontron, die genau unter den Fahrersitz des Fiat Ducato passt. Aber warum bauen wir uns überhaupt eine Lithium-Batterie ein und warum ganz konkret diese hier von Leontron? Die beiden Fragen will ich in diesem Video klären und dann will ich euch noch zeigen, ist der Einbau der Batterie tatsächlich so einfach und will auf die Frage eingehen, ob man beim Wechsel von AGM auf Lithium tatsächlich seine komplette Ladetechnik austauschen muss. Aber bevor wir das machen, hier noch kurz die Gliederung dieses Videos, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Im ersten Abschnitt will ich ganz kurz erklären, was an Lithium-Akkus, beziehungsweise ganz konkret an Lithium-Eisenphosphat-Akkus, so toll ist und auch was nicht so toll ist. Im zweiten Abschnitt will ich euch erzählen, warum wir uns ganz konkret für diesen Hersteller, nämlich Leontron, entschieden haben. Im dritten Teil zeige ich euch den Ausbau unserer beiden bisherigen AGM-Batterien und den Einbau eben dieser Untersitz-Batterie. Und zu guter Letzt gehe ich im vierten Abschnitt darauf ein, ob man tatsächlich beim Upgrade auf Lithium auch seine komplette Ladeelektronik mit austauschen und upgraden muss. Wie immer bei uns haben wir das Video wieder in entsprechende Kapitel unterteilt und Zeitstempel gesetzt, sodass ihr an die jeweiligen Stellen springen könnt, wenn euch nur ein Teil davon interessiert. So, und jetzt legen wir los. Sind Lithium-Batterien wirklich so viel besser und was sind ihre Vorteile? Für uns sind das ganz konkret vier Sachen, die da hervorstechen. Zuallererst ihre deutlich höhere nutzbare Kapazität. Während man gewöhnliche Blei-Akkus nur bis etwa 50% ihrer Kapazität entladen sollte, um ihre Lebenserwartungen nicht dramatisch einzuschränken, macht es Lithium-Akkus im Grunde überhaupt nichts aus, auch bis 90% oder über 90% ihrer Kapazität entladen zu werden. Für uns bedeutet das ganz konkret, dass wir durch den Austausch unserer 200 Ampere Stunden AGM-Batterie gegen die 200 Ampere Stunden Lithium-Batterie unsere tatsächlich nutzbare Kapazität verdoppeln. Und warum es wirklich verdoppeln und nicht nur fast verdoppeln ist, erkläre ich gleich. Und obwohl wir die nutzbare Kapazität verdoppeln, dann sparen wir sogar an Gewicht. Denn 200 Ampere AGM-Batterien oder zweimal 100 Ampere Stunden AGM-Batterien, wie wir es haben, wiegen gut und gerne mal 50-60 Kilo. Das Teil hier wiegt 26,5 Kilo. Da haben wir also allein durch den Wechsel mal locker 30 Kilo Gewicht gespart. Dem meisten von euch dürfte es klar sein, Gewicht im Wohnmobil ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Die 3,5 Tonnen-Grenze schwebt immer über einem. Lithium hilft da sehr. Der dritte Punkt, Lithium-Batterien können sehr viel höhere kontinuierliche Entlade- und Ladeströme vertragen als herkömmliche Bleibatterien. Die hier verträgt zum Beispiel konstant 100 Ampere Ladung und 150 Ampere Entladung. In der Spitze sogar maximal bis 150 Ampere Ladung und 200 Ampere Entladung. Was das bedeutet, mit dem Teil kann man ganz entspannt auch große Wechselrichter betreiben und auch Verbraucher betreiben, die sehr viel Strom brauchen. Für uns aber noch viel relevanter ist, dadurch, dass sie höhere Ladeströme vertragen können, kann man das Teil sehr viel schneller, sehr viel effizienter wieder aufladen und dadurch eben noch länger autark stehen. Und dann ganz klar Langlebigkeit, denn moderne Lithium-Eisenphosphat-Akkus stecken inzwischen locker mehrere tausend Ladezyklen weg. Die hier ist ganz konkret mit über 3000 Ladezyklen bis zu 90% Entladetiefe angegeben. Das heißt ganz konkret, um das mal in Perspektive zu setzen, man kann dieser Batterie über 8 Jahre hinweg jeden Tag 90% ihrer Ladung entnehmen und wieder aufladen. Und wenn man das nicht jeden Tag macht, sondern nur sagen wir einmal die Woche, sind es über 55 Jahre. So alt wird kein Wohnmobil. Wir müssen jetzt schon den zweiten Satz AGM-Batterien entsorgen innerhalb von knapp über drei Jahren, einfach weil die drastisch an Speicherfähigkeit verloren haben. Klar, wir nutzen die auch sehr, sehr viel und ja, wir haben die auch bestimmt mal ein bisschen Tiefen entladen, aber das kann es einfach nicht sein und hiermit ist es dann jetzt auch definitiv vorbei. Und anzumerken ist auch, im Gegensatz zum Blei-Akku macht es der Lithium-Batterie überhaupt nichts aus, wenn sie nicht regelmäßig auf 100% aufgeladen wird. Bei Blei-Akkus ist es ja so, dass man die immer möglichst sofort und ganz schnell wieder auf 100% aufladen soll, damit die nicht an Kapazität und Speicherfähigkeit verlieren. Das ist hier egal und das ist definitiv wieder ein großes Plus für besseres Freistehen und mehr Autarkie. Aber natürlich sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus auch nicht perfekt. Auch die haben Nachteile, finde ich, und da sind allen voran zwei Dinge zu nennen. Der erste ist der Preis, denn solche Teile sind immer noch relativ teuer. Die 200 Ampere von Leontron kostet knapp 2000 Euro. Das ist eine richtige Stange Geld. Es gibt auch günstigere Anbieter, wobei man da dann entsprechend schauen muss, was man bekommt. Ich denke, 2000 Euro ist schon das, womit man rechnen muss bei einer qualitativ hochwertigen Batterie. Und das, wie gesagt, muss man ja auch erstmal aufbringen können. Gar keine Frage, ist ein sehr hohes, einmaliges Invest. Aber langfristig gesehen ist es total lohnenswert, denke ich. Weil Bleibatterien, die halten vielleicht 800 Zyklen, vielleicht 1000 Zyklen. Ich glaube es nicht. Wie gesagt, wir schmeißen jetzt schon den zweiten Satz in drei Jahren weg. Das Teil hält mindestens 3000, eher 5, 8 oder 10.000 Zyklen. Da hat man auf ewig Spaß mit und braucht sich keine Sorgen machen. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen noch ein Rechenbeispiel gelesen, wo jemand ausgerechnet hat, dass die nutzbare Energie über die Lebensdauer bei Lithium-Akkus im Schnitt 10-fach höher ist als bei Blei-Akkus. Und Fakt ist auch, 10 mal teurer als ein Blei-Akku ist das nicht. Da kaufe ich lieber einmal die als 10 mal 9 Blei-Akku. Zweiter Punkt Temperaturempfindlichkeit. Denn Lithium-Eisenphosphat-Akkus können unterhalb von 0 Grad Celsius nicht aufgeladen werden. Sie können bis minus 20 Grad Strom abgeben und normal benutzt werden. Aber aufgeladen werden können sie nur bei über 0 Grad Celsius. Es gibt da Lösungen für. Es gibt integrierte Heizmatten. Das heißt, es gibt häufig Arktik-Versionen. Es gibt es auch von Leontron. Es gibt es auch nachrüstbar. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil das kostet natürlich auch einen kleinen Aufpreis. Und wir sind der Meinung, wir brauchen das nicht, weil bei uns kommt sie ja gleich unter den Sitz. Ist also im Innenraum des Fahrzeugs. Und hier werden es einfach niemals unter 0 Grad, während wir sie aufladen wollen. Es kann theoretisch sein, dass es mal 0 Grad sind und wir sie benutzen wollen. Sprich, um die Heizung anzufeuern. Aber dass es unter 0 Grad ist und wir die Batterie aufladen wollen, ist für uns einfach kein relevanter Faktor. Aber es mag Anwendungsfälle geben, wo das relevant ist. Zum Beispiel, wenn man einen externen Batteriekasten hat, die Batterie also nicht im Innenraum des Fahrzeugs ist, dann sollte man sich der Tatsache bewusst sein und im Zweifel einfach eine Variante mit Heizmatten kaufen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Für uns überwiegen ganz klar die Vorteile. Ich finde, Lithium-Akkus sind Blei-Akkus einfach in nahezu allen Belangen überlegen. Einzige Ausnahme sind kurzfristige, sehr, sehr hohe Ladeströme, wie man sie beim Autostart braucht. Also als Starter-Batterie sind Bleibatterien garantiert auch langfristig noch sinnvoll. Aber im Wohnraum führt einfach kein Weg an Lithium vorbei. Und wir haben uns eben auch schon vor langer Zeit entschieden, dass, wenn wir eine neue Batterie einbauen, dass es auf jeden Fall jetzt eine Lithium-Batterie werden wird. Heute ist der Tag. Yes! Ja, und warum haben wir uns jetzt ganz konkret für Lyon-Tron entschieden? Einer der größten Pluspunkte von Lyon-Tron ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass deren Batterien komplett modular aufgebaut sind und die einzelnen Teile nur miteinander verschraubt sind, aber nicht verklebt und verlötet. Das betrifft sowohl das Case. Hier sind einfach nur vier Schrauben, die ohne Spezialwerkzeug geöffnet werden können. Und geht aber innen drin weiter. Also selbst die Batteriezellen, das BMS, die sind alle nur miteinander verschraubt. Was natürlich den großen Vorteil hat, dass man die einzelnen Bauteile modular austauschen kann. Wenn also irgendwann mal irgendwas kaputt gehen sollte, muss nur ein Einzelteil getauscht werden und nicht die komplette Batterie ersetzt werden. Das ist vor allem natürlich relevant für die Zeit nach Ablauf der Garantie. Aber bis man sich überhaupt das erste Mal darüber Gedanken machen muss, hat man erst mal fünf Jahre Zeit. Denn als Zeichen dafür, dass Lyon-Tron in die Qualität ihrer verbauten Komponenten vertraut, geben sie fünf Jahre freiwillig Garantie. Und sollte doch irgendwann mal ein Bauteil den Geist aufgeben, muss man sich nicht mit irgendwelchen China-Händlern rumschlagen, sondern hat direkten Support in Deutschland. Und Lyon-Tron gibt das Versprechen, dass sie zehn Jahre lang nach Produktionsstopp oder nach Ablauf der Garantie alle Bauteile der Batterie noch auf Lager haben werden, so dass man sie also auch nach Ablauf der Garantie selbst reparieren kann. Und sie setzen noch eins drauf, denn es gibt auf der Website von Lyon-Tron selbst produzierte Videos, wo erklärt wird, wie man bestimmte Bauteile ausbaut und austauschen kann. Mega gut, das kenne ich so von keinem anderen Hersteller, auch aus keiner anderen Branche. Richtig, richtig cool. Aber eigentlich braucht man sich über Ausfälle und Schäden kaum Gedanken machen, denn Lyon-Tron verbaut Batterie-Management-Systeme. Die schützen die Batterie vor so Dingen wie Überspannung, Tiefenentladung, zu hohen Strömen. Das heißt, damit wird Bedienfehlern schon mal im weitesten Sinne vorgegriffen und auch Schäden durch Umwelteinflüsse. Denn sollte man mal versuchen, zum Beispiel bei irgendwie minus 40 Grad die Batterie zu laden, was ja Lithium-Eisenphosphat-Akkus nicht abhaben können, würde das BMS ganz einfach diesen Vorgang nicht zulassen und abbrechen und die Batterie dadurch schützen. Was ich auch cool finde, ist, dass da schon ein Bluetooth-Modul verbaut ist. Das heißt, man kann die Batterie ganz einfach mit seinem Handy verbinden. Es gibt da eine App, die haben wir runtergeladen. Das funktioniert auch super. Auch jetzt bin ich schon damit verbunden und kann alle Kennzahlen ablesen. Also wie viel Kapazität ist noch da, wie viel Strom geht rein und raus. Gut, das ist null, weil es ist noch nicht angeschlossen. Aber ich kann eben sehen, wie viel Prozent Ladung sie hat, wie viel Spannung die einzelnen Zellen noch haben und solche Geschichten. Wir haben uns sagen lassen, dass die erste App von Lyon-Tron nicht so richtig gut lief, dass sie immer mal wieder abgebrochen ist und dass man auch die Kennzahlen nur schwer einfach lesen konnte. Die Version, die es jetzt gibt, die man runterladen kann, die es, glaube ich, seit dem Caravan-Salon gibt, die haben wir, die funktioniert super, die ist übersichtlich und ja, man kann da reingucken, wenn man will. Man muss nicht. Ich finde es cool. Und dann noch ein ganz entscheidender Aspekt. Ich habe ja gerade gesagt, dass man Lithium-Akkus in der Regel bis zu 90%, 95% entladen kann. Bei der Lyon-Tron ist es so, dass man die bis zu 100% entladen kann. Heißt, wenn ihr 200 Ampere Stunden draufsteht, kann man auch tatsächlich die gesamten 200 Ampere Stunden rausziehen. Wie macht Lyon-Tron das? Die packen einfach mehr rein, als draufsteht. Heißt, der Akku hat eigentlich eine Kapazität von 210, 215, 220 Ampere Stunden. Ich glaube, 10 bis 15% mehr packen die rein, damit man dann eben tatsächlich das, was draufsteht, auch zu 100% rausziehen kann. Mega gut. Das spricht natürlich auch für Lyon-Tron, weil man hat hier einfach mehr Kapazität, mehr real nutzbare Kapazität. Und allerletzter Punkt, Lyon-Tron bietet die 200 Ampere Variante genauso wie die 150er auch als eine Untersitzvariante an. Sprich, da ist die von den Maßen her exakt so konstruiert, dass sie genau unter den Fahrersitz oder Beifahrersitz des Fiat Ducato passt. Das ist was, was inzwischen auch andere Hersteller anbieten, gar keine Frage. Aber Lyon-Tron hat das Gleiche jetzt mit der 300 Ampere Stunden Lithium Batterie gemacht. Ganz, ganz neu. Wir haben uns die auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf angeschaut. Die ist nochmal ein paar Millimeter größer als diese hier, aber sie passt exakt in das Sitzgestell des Fiat Ducato. 300 Ampere Stunden Lithium. Haben wir auch kurz von geträumt und drüber nachgedacht. Aber ehrlicherweise, das ist einfach viel zu viel Strom. Also auch für uns. Und ein Preisschild hing da auch noch nicht dran, weil die eben ganz neu ist. Ich konnte noch keins finden, jetzt auch online. Die wird also sicherlich auch nochmal ein paar Euro mehr kosten. Aber sehr, sehr cool. Gut zu wissen, was inzwischen geht, dass man wirklich unter einem Fahrersitz 300 Ampere Lithium, sprich 600 Ampere AGM rechnerisch verbauen kann. Ist schon Wahnsinn. So, jetzt aber genug geschnackt. Jetzt wird es Zeit, das Teil einzubauen und zu gucken, ob es wirklich so einfach ist, wie es versprochen wird. Da Dirk schon die ganze Arbeit macht, übernehme ich jetzt mal das Voice-Over. Als erstes muss man die Verkleidung des Sitzgestells abmontieren. Dazu links und rechts jeweils vier Schrauben lösen. Die beiden Teile vorne und hinten sind nur eingeklipst. Dann geht es an den Sitz selbst. Den kann man zusammen mit der Drehkonsole herausnehmen. Dafür müssen oben auf jeder Seite drei Schrauben gelöst werden, an die man jeweils durch Drehen des Sitzes herankommt. Wichtig ist dabei, dass ihr vernünftige Bit-Aufsätze benutzt, da die Schrauben, die hier verbaut sind, sich sonst gerne mal rund drehen. Wir mussten deswegen beim letzten Mal schon eine Schraube aufbauen. Wenn ihr die sechs sichtbaren Schrauben gelöst habt und euch wundert, warum sich der Sitz noch immer nicht herausnehmen lässt, dann schaut auf jeder Seite nochmal von unten nach, denn da verstecken sich noch zwei Muttern, die gelöst werden müssen. Dann noch das Kabel des Airbag-Sensors trennen und schon kann man den Sitz rausnehmen. Achtung! Der Sitz ist schwer und achtet darauf, dass das Kabel des Airbag-Sensors nicht irgendwo hängen bleibt. Außerdem solltet ihr ab jetzt den Zündschlüssel nicht mehr umdrehen, da es sonst zu einer Fehlermeldung im Bordcomputer kommen kann. Nun liegen die Batterien frei. Dass man die gesamte Bordelektronik ausschalten und auch die Sicherungen des Solarladereglers und der Starterbatterie drinnen sollte, bevor man daran rumwerkelt, ist denke ich klar. Unsere Batterien waren noch mit einem Lochband aus Metall gegen Verrutschen gesichert. Als das gelöst war, lagen alle Kabel und Bauteile frei. Wenn ihr euch wundert, warum bei uns so viele Kabel liegen, das liegt einerseits daran, dass wir zwei Batterien parallel geschaltet haben, also die beiden Plus- und Minuspole der beiden Batterien miteinander verbunden sind und andererseits daran, dass wir hier hinten noch einen zweiten Solarladeregler für unsere mobile Solartasche montiert haben. Jetzt kommt sicherlich der Punkt, der für viele eine innerliche Hürde darstellt, an die Batteriepole ranzugehen. Und gesunde Vorsicht ist da auch definitiv erstmal richtig. Aber wenn man die einfachsten Dinge beachtet, kann man da eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Wichtig ist zum einen, dass man beim Ausbau immer erst die Kabel vom Minuspol trennt und erst dann die Kabel vom Pluspol. Beim Einbau entsprechend andersrum, da erst Plus verbinden und dann Minus. Und, dass man andererseits die Pole nicht vertauscht. Sprich, Pluskabel gehören nur an den Pluspol und Massekabel gehören nur an den Minuspol. Dirk ist immer doppelt vorsichtig und deckt alle offenen Kabelenden mit einem Stück Schrumpfschlauch ab, damit es wirklich nirgendwo zu einem Kontakt- oder Kurzschluss kommen kann. Und als alle Kabel gelöst und gesichert waren, konnten wir die beiden Batterien einfach rausnehmen. Bei knapp 30 Kilogramm pro Stück ein ganz schöner Kraftakt. Dann war der perfekte Moment, mal einmal durchzusaugen und das Stück Bodendämmung wieder einzusetzen, das wir damals in Malaysia, als wir diese beiden AGM-Batterien eingebaut haben, herausschneiden mussten, da die Batterien etwas zu hoch waren und sonst nicht unter den Sitz gepasst hätten. Damit war alles vorbereitet, um die neue Batterie einzusetzen. Da sie ein ganzes Stück kleiner ist als unsere bisherigen Batterien, hat Dirk sie noch zusätzlich mit einem weiteren Spanggurt und zwei Holzleisten gesichert, damit sie weder vor und zurück noch von links nach rechts rutschen kann. Und da an der Seite nun zusätzlich Platz war, haben wir den Solarladeregler für unsere Solartasche noch mit an die Seite gepackt. Da wäre jetzt sogar noch Platz für einen Wechselrichter, wenn wir uns mal einen einbauen wollen. Nachdem die Batterie gesichert war, ging es ans Anschließen. Die Leontron-Untersitz-Akkus haben M8-Pol-Schrauben. Da konnten wir unsere vorhandenen Kabel mit M8-Ringkabelschuhen also einfach draufstecken. Wie gesagt, erst Plus und dann Minus. Die schwarz-roten Kabel, die ihr hier unten links seht, sind die Temperatursensoren unserer beiden Votronic-Ladegeräte. Die müssen hier mit an den Minus-Pol angeschlossen werden. Dann noch die Verschlusskappe zum Schutz der Pole wieder drauf und fertig ist man. Zumindest fast, denn natürlich will man ja seinen Fahrersitz zurückhaben. Der ist fix wieder eingesetzt und verschraubt. Zuletzt noch die Verblendung wieder an das Sitzgestell und der Umbau ist erledigt. Kurzer Test, ob alles klappt. Perfekt. So, jetzt noch ein paar Worte zum Abschluss, denn jetzt ist ja die große Frage, können wir unsere Ladegeräte und Ladebooster, die wir ja schon eingebaut hatten, weiter nutzen? Oder brauchen wir spezielle Geräte mit einer Lithium-Ladekennlinie? Als wir angefangen haben, uns über Lithium-Batterien zu informieren, haben wir immer wieder den Mythos gelesen, davon gehört, dass man, wenn man sich eine Lithium-Batterie einbaut, hat, dass man auch seine komplette Ladetechnik anpassen muss, dass man also spezielle Ladegeräte braucht, einen speziellen Ladebooster braucht. Und dem wollten wir natürlich auf den Grund gehen und haben das ausführlich recherchiert. Wir haben uns unterschiedlichste Hersteller angeschaut. Und ja, unser Fazit, was wir daraus ziehen, ist im Grunde, nein. Smarte Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit integriertem Batterie-Management-System kommen mit unterschiedlichen Ladekennlinien, mit unterschiedlichen Ladespannungen und damit mit unterschiedlichen Ladegeräten klar. Und in fast allen Fällen kann man sein vorhandenes Ladegerät weiter nutzen. Bei Liontron auf der Webseite heißt es dazu ganz konkret, und ich zitiere jetzt, damit ich keine Fehler mache, Moderne Lithium-Eisenphosphat-Batterien wie die Liontron können mit jedem beliebigen 12-Volt-Bleiladegerät mit einer Ladeschlussspannung zwischen 14,2 Volt und 14,6 Volt geladen werden. Selbst ein uraltes 13,8-Volt-Ladegerät aus der ersten Generation von 12-Volt-Bleibatterien kann eine Lithium-Batterie laden. Dabei wird sie zwar beispielsweise nur bis zu 90% vollgeladen, aber dies schadet der Batterie überhaupt nicht. So, das klingt ja erstmal gut, würde ich sagen, und klingt so danach, als müsste man sich überhaupt keine Gedanken machen und könnte einfach jedes Ladegerät nehmen. Aber das stimmt nicht, denn wenn man genau hinschaut, zeigen sich vor allem drei Einschränkungen. Die erste Erkenntnis ist, zu geringe Ladespannungen sind in Ordnung, aber zu hohe Ladespannungen, also alles was über 14,6 Volt geht, ist nicht in Ordnung. Und es gibt eben Ladegeräte, die Kennlinien haben, die über 14,6 Volt liefern. Das muss man sich eben anschauen, dass man ein solches nicht verwendet. Sollte man das verwenden, ist es auch nicht schlimm, weil das BMS automatisch abschaltet und sagt, Nein, das ist zu viel, ich mache hier Selbstschutz, ich lasse diese Ladung gar nicht zu, aber dann ist einem natürlich auch nicht geholfen, weil man will die Batterie ja laden. Deswegen ein Ladegerät nehmen, was eine Ladeschlussspannung von unter 14,6 Volt hat. Zweite Einschränkung ist, man darf kein Ladegerät nehmen, was ein sogenanntes Desulfatierungsprogramm abfährt. Was das ist, das ist im Grunde ein Programm, was man nutzen kann, wenn man eine bereits tiefenentladene Bleibatterie hat. Dann kann man da mit richtig hoher Spannung nochmal versuchen, den Ladewiderstand aufzubrechen und da doch nochmal wieder Strom reinzupumpen. Das ist also im Grunde eine Erweiterung des ersten Punktes. Das würde zu viel Spannung da reinpumpen, definitiv über 14,6 Volt. Und ja, auch das kann man also im Endeffekt nicht benutzen. Dritte und letzte Einschränkung, für schnelle Ladung in modernen Fahrzeugen braucht man einen Ladebooster. Es geht auch ohne, aber moderne Lichtmaschinen schalten einfach irgendwann ab und laden dann die Batterie nicht weiter. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und dafür braucht man dann einen Ladebooster, was im Grunde ein Gerät ist, was der Lichtmaschine vorgaukelt oder anzeigt. Hier ist noch ein Gerät, was Strom braucht. Produzier weiter Strom, pump ordentlich was in die Batterie und dann kann eben die Lithium-Batterie auch schnell geladen. Heißt, Booster in modernen Fahrzeugen Pflicht. Die allermeisten Modelle ab 2018, also fertig ausgebaute Wohnmobile, haben eh einen Ladebooster drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir hatten noch keinen, haben den schnell nachgerüstet, auch sowieso schon, auch mit einer alten AGM hat der Sinn und gut ist. Das sind alles Dinge, die kein Hexenwerk sind. Im Grunde muss man nur sicherstellen, dass man kein Ladeprogramm nutzt, das mit zu viel Spannung arbeitet. Bei unserer Batterie ist die maximale und gleichzeitig optimale Ladeschlussspannung mit 14,4 Volt angegeben. Und wenn ich jetzt ein Ladegerät habe, das keine Lithium-Eisenphosphat-Kennlinie hat, kein Ladeprogramm dafür hat, dann nehme ich eben das, was am nächsten dran ist. In unserem Fall könnte ich also ganz entspannt die Einstellung AGM1 nehmen und die Batterie wäre damit fein. AGM2 hingegen hätte eine zu hohe Ladeschlussspannung und kommt daher nicht in Frage. Ihr müsst einfach schauen, welche Werte eure Batterie fordert und welche Ladeprogramme eure Ladegeräte haben. Wir haben den Vorteil, wir haben schon ein Lithium-Eisenphosphat-Ladeprogramm am Solarladeregler und am Booster auch. Das heißt, wir wählen die natürlich. Und da unsere Geräte schon ein paar Jahre alt sind, gehe ich davon aus, dass die allermeisten Geräte inzwischen solche speziellen Ladekennlinien eh schon an Bord haben. So, ich hoffe, ich konnte die Thematik damit etwas aufklären. Wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche das dann entsprechend zu beantworten. Das gleiche gilt, wenn ihr der Meinung seid, dass ich irgendwo Quatsch erzählt habe. Denn Fakt ist, ich bin auch kein Elektriker, ich bin auch kein Fachmann. Ich habe versucht, alles nach bestem Wissen und Gewissen hier aufzubereiten. Und ja, wenn irgendwo ein Fehler war, dann sorry. Wir sind in jedem Fall super, super happy, jetzt endlich eine Lithium-Batterie zu haben und uns ja im Grunde keine Gedanken mehr über Stromverbrauch machen zu müssen. Für uns sollte Stromknappheit damit ein Ding der Vergangenheit sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein paar nützliche Infos mitnehmen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Und damit kommen wir wirklich zum Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.